Liebe Düsseldorfer, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Nachmittag hier auf dem Burgplatz. Happy Birthday Düsseldorf, 725 Jahre Stadt Düsseldorf. Wir haben gefeiert seit gestern auf dem Marktplatz die Vergangenheit, die Gegenwart hier, die Zukunft auf der Rhein. Uferpromenade ist ein Fest von Bürgern für die Bürger dieser Stadt, denn die Düsseldorfer lieben ihre Stadt. Und das wurde einmal mehr deutlich beim Bürgerfest an diesem Wochenende. Meine Damen und Herren, wie könnte man dieses wunderbare Fest besser krönen, als mit demjenigen hier, der ein Alt-Düsseldorfer ist, hier in Düsseldorf geboren ist, hier in Düsseldorf aufgewachsen ist, von uns allen über die Jahrzehnte geliebt wird. Und wir sind stolz darauf, dass wir ihn heute Abend hier auf der Bühne haben, hier bei uns in Düsseldorf haben. Begrüßen Sie mit uns Heino und Bent.